Texas, USA, zwei Wochen nach ihrer prachtvollen und zugleich extrem lauten Traumhochzeit auf Mallorca ist Gina Schumacher, 27, zurück in den USA. So sehen ihre romantischen Flitterwochen aus. Erst Ende September hatte die Tochter von Michael Schumacher, 55, ihrem Ian Bethke, 28, vor den Augen unzähliger Gäste im Südwesten Mallorcas das Ja-Wort gegeben. Inzwischen ist die Schwester von Mick Schumacher, 25, zurück auf der heimischen Pferderange in Texas. Von romantischen und paradiesischen Flitterwochen ist bislang aber keine Spur. Ganz im Gegenteil, statt auf den Malediven oder vor anderen malerischen Kulissen den frischen Bund der Ehe zu zelebrieren, stiefelte die 27-Jährige im Dirndl aufs Oktoberfest. Ja, richtig gelesen. Oktoberfest in Texas. Wer von euch geht jedes Jahr aufs Oktoberfest und warum findet ihr es toll? Schreibt Gina zu zwei zuckersüßen Schnappschüssen mit ihrem Ehemann. Gina Schumacher feiert deutsche Tradition passend zum Thema schmiss sich nämlich auch der gebürtige Brite in Schale und überzeugte vor überschaubarer Kulisse in Lederhosen und weißem Hemd. Während nur vereinzelte Stimmen den Volksfest-Ableger über dem großen Teich kritisierten, feierten andere hingegen die süßen Fotos des Paares. Wie knuffig ihr beiden seid oder ihr seid so herrlich normal? Was für ein schönes, natürliches Foto, hinterließen die Fans in den Kommentaren. Allzu viel Gesellschaft scheinen Gina und Ian nicht zu haben. Im Hintergrund der Momentaufnahmen scheint sich nämlich niemand sonst in die bayerische Kluft geworfen zu haben. Zuletzt hatte die Familie der 27-Jährigen für dicke Luft in den Bergen Mallorcas gesorgt. Grund dafür soll offenbar die ordentliche Beschallung im Rahmen der Hochzeitsparty gewesen sein. Anwohnende hatten berichtet, dass die Bässe der Musikanlage die Erde bis ins Tal von Port Dandrac habe beben lassen.